Und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuergrün. Wir kämpfen jetzt gegen diesen Trainer hier unten. Meine Schwester hat was gegen meine Pokémon. Da hat sie Pech gehabt. Käfersammler schickt Raupi in den Kampf. Ich habe übrigens jetzt versucht, die Pokémon-Schrift zu installieren, weil das vorher ja immer aus der Box rausgeragt hat. Das war nicht so schön. Und da hat man mir gesagt, tja, da musst du das nochmal extra installieren. Und wir haben Käfersammler schickt depressives Raupi in den Kampf. Äh, ja. Okay. Depressives Raupi, ja. Käfersammler schickt. Dreimal darfst du raten. Richtig Raupi in den Kampf. Oh, holy crap. Ah, die Battle-Music ist so episch. Yay. Das muss wohl daran liegen, dass Mädchen nichts für Insekten übrig haben. Ach, vermutlich gibt es deshalb auch keine weiblichen Käfersammler in Pokospielen. Hm, scheint als mögen Game Freak oder Nintendo Klischees. Also, ja. Das ist Misty. Warum ist die da? Ich will das Item da unten haben. Take it. Oh, wir haben einen Pokéball gefunden. Yay. Davon haben wir ja irgendwie keine bekommen. Das heißt, wir können jetzt ein Pokémon fangen. Was fangen wir denn? Ne, ein Safcon bin ich nicht. Ich will überhaupt keine Käfer-Pokémon. Ich werde mich jetzt im Klischee fügen. Was ist denn? Na ja, ein Smedbo. Smedbo hätte ich gerne. Wenn es das hier gibt. Ich glaube, man hat mir irgendwie gesagt, es gäbe hier ein Smedbo. Hier gäbe es einige... Oder so ein depressives Ropi-Fangen. Das wäre auch bestimmt lustig. Aber irgendwie will ich kein Safcon. Und dann lieber Smedbo oder... Gibt es eigentlich Shaloko und sowas hier? Panekon? Oder wie die Dinger hießen? Ich will noch ein bisschen leveln. Aber das muss ich... Da muss ich ja schon... Oh Gott, was... Warte! Das ist ja voll mies. Yay. Kritischer Treffer. Das ist ja voll mies. Das heißt, ich muss jetzt nochmal hoch, muss dann da runter und muss nochmal durch dieses scheiß Gebüsch hier laufen. Das ist doch nicht euer Ernst, Kinder. Das ist ja mal voll... Ja. Ein Visor. Ne, ein Visor will ich auch nicht. Was sollen wir denn jetzt eigentlich... Müssen wir gegen Misty kämpfen? Mit Shiggy? Weiß nicht. Die hat doch nur Wasser-Pokémon. Noch ein Pokéball. Dann können wir doch... Doch noch irgendwie fangen. Vielleicht können wir uns auch in der nächsten Stadt ein paar Pokébälle kaufen. Das wäre auch nicht verkehrt. Ja. Komm, wir fangen uns mal. Ich versuche das jetzt. Los! Pokéball! Oh! Das ist ja gemein. Dann halt nicht. Und schon wieder. Ein Taubsi. Taubsi... Benötigen wir erst, wenn wir Vm Fliegen haben. Und bis dahin gibt es bestimmt auch was Besseres. Jetzt gehen wir mal zu Misty. Wenn man uns lässt. Ja. Härtener. Yay. Da liegt noch was. Das dürfen wir nicht aufheben. Weil das Safcon es verhindert. Oh Gott. Kritisch. Yay. Ah. Ähm. Lol. Ja. Wenn man Mist zusammendrückt. Die Tastatur ist... Die Belegung der Tasten ist etwas seltsam. Ein Trank. Weißt du vielleicht, wie man hier Celebi ruft? Ich haffe das einfach nicht. Ich denke, ich gebe auf. Okay, if you say so. Hm. Da scheint ein kleines Loch zu sein. Ich stelle einfach mal die Statue hinein. Ha. Das reimt sich. Oh. Was ist das denn? Epilepsie, Mann. Oh. Oh nein. Oh nein. Erlebt dich an voll. Oh nein. Seriously? Können wir das nicht fangen? Oh süß. Was? Nimm dir sofort zurück. Was hat es gesagt? Boah. Jetzt reicht's mir. Hilarious. Holy crap. Ich hab gedacht, wir können das fangen. Oh mein Gott. Was hat denn... Was? Warum wachst du... Ja, das war's mit Celebi. Sein junges Leben ging schnell zu Ende. Hilarious. Oh. Ein depressives Raupi. Das sind die mutierten Pokémon, von denen man da vorhin so schön erzählt hat. Yay. Ist das jetzt schon wieder ein Level up? Nee, fast. Mit Trinken werden wir zugeball... Hallo. An mir kommst du nicht vorbei. Nee, das ist ein bisschen blöd, wenn du da stehst. Ein Safcon. Das ist jetzt nicht wirklich schwer. Immerhin war unser... Ja, Shiggy startet schon mit Level... ...7 statt mit Level 5. Ey. Jetzt sind wir Level 12. Und das... Oh, das depressive Raupi. Tränen. Gut. Ich glaube, wir müssen so ein depressives Raupi fangen. Aber an meinen Pokémon. Ja. Das hast du gut erkannt. Da oben ist noch ein Item. Ist ja auch noch irgendwas. Ich darf nicht nachschauen. Ein fliegendes Taubsi mit Fliegerhut. Pilotenmütze. Ah. I don't know. Äh, ja. Mit Level 16 müsste sich das... So, enten liegt tatsächlich ein Item. Mit Level 16 müsste sich Shiggy zu Shilok entwickeln. Das heißt, das müsste jetzt demnächst... Je nachdem, schnell... Oh Gott. Ich will das Item mitnehmen. Ich bin immer viel zu schnell. Was ist das Bist... Ich hab mein Flammy ein wenig getunt. Raketenwerfer? Streber? Oh. Ich mach gerade das, was man hier tut. Facepalm. Was ist das Bist... What the hell? Hier. Sehr effektiv. Noch mal. Oh, kratz uns nicht. Was lernen mir Aquaknarre? Mal roten Schlag weg. Wasser ist unfair. Ja, klar. Was hast du mit deinem armen Flammy gemacht? Warum hat Maika eigentlich kein Flammy? Warum hat Maika... Maika hat doch das Flammy gehabt. Im Anime zumindest. Da hatte sie immer so ein Flammy. Trank. Ach so, ein Raufi. Ich seh schon. Irgendwann one-hitten wir die Viecher hier. Noch ein Item. I wanna have it. Superball! That sounds nice. Geht's denn da hin? Da geht's zu so nem Ding. Ich will noch ein bisschen rumgucken. Da ist ein Taubsi. Ah, ich will kein Taubsi-Level 2. Ich fang die Anfangs-Pokémon sowieso nie. Da ist noch ein Item. Noch ein Pokéball. Wir finden jede Menge Pokébälle. So, ich will jetzt gucken, was hier ist. Geht's ja bei mir. So, ich will diese far-schütteln. Ich bin die Farbe und dann ist. Ich bin die Farbe und dann ist eigentlich nicht für nichts. Ich bin die Farbe.